Damit man die legendären Sachen schneller bekommt. Das alles ist reine Glückssache. Yo, hallo, servus. HWDR zu einem ganz entspannten Labervideo. Ich habe mir ein paar Themen aufgeschrieben, die ich eigentlich schon seit kurzem, oder vielleicht auch seit längerem, euch erzählen, damit wir euch bereden möchten. Im Hintergrund seht ihr erstmal ein Computerwissenschaftler Gameplay. Nichts besonderes, ganz ordentlich. 37 zu 10. Ich bin jetzt einmal in den Crunch-Mode gekommen. Ist ganz okay, aber jetzt nichts übertriebenes. Ihr könnt euch das Gameplay anschauen oder auch nicht. Ihr könnt währenddessen essen oder irgendwie dabei zocken. Mit vielleicht ein bisschen ein längeres Video und ja, einfach ein paar Themen, die ich gerne mal erzählen will. Wir fangen an mit zwei Fragen, die ich in letzter Zeit so oft lese. Ich weiß nicht warum genau in letzter Zeit, aber ich lese sie einfach sehr, sehr oft eben in der Kick-Gruppe oder auch unter den Kommentaren. Und zwar zuerst mal die erste Frage ist, gibt es einen Trick, wie man schneller legendäre Charaktere bekommt? Oder legendäre Anpassungen oder einfach legendäre Sachen? Ihr wisst ja, es gibt legendäre Sachen, normale und in Party-Modus. In Party-Modus habe ich das ja schon mal erklärt. Also im Unentikatz-Modus eigentlich bekommt man die Party-Charaktere. Und die anderen legendären Sachen, die bekommt man in den Packs. Und um jetzt mal eins klarzustellen. Es gibt keinen Trick, Tipp, Kombination, wie man Packs öffnet oder sonst irgendetwas, damit man die legendären Sachen schneller bekommt. Das alles ist reine Glückssache. Ihr könnt euch das vorstellen wie Lotto spielen. Es gibt Leute, die spielen 30 Jahre lang jeden, jede Woche, oder ich weiß nicht wie oft ist Lotto, ich glaube jede Woche Lotto. Und bekommen insgesamt vielleicht 100 Euro, 50 Euro, auf alle Fälle nicht den Jackpot. Und dann gibt es Leute, die was vielleicht zwei Wochen oder drei Wochen oder ein halbes Jahr Lotto spielen und gleich den Jackpot mit 10 Millionen Euro knacken. Und genauso könnt ihr euch das vorstellen in Garnofer 2. Es gibt Leute, die was 7 Millionen Minzen ausgeben und vielleicht nur ein Teil, ein Lingen der erst Teil oder vielleicht auch gar nichts bekommen. Und dann gibt es Leute, wie ich zum Beispiel, die was nicht so viel ausgeben. Die was vielleicht nur, wie viel habe ich ausgegeben? Ich glaube 2, 3 Millionen und ich habe mittlerweile jetzt schon alles, was es in Garnofer 2 an legendären Sachen gibt. Also um eins klarzustellen, es gibt keine Tipps oder Tricks oder sonst irgendwelche anderen Sachen, wie man schneller legendäre Sachen bekommen kann. Da ist kein Algorithmus drinnen. Das ist einfach 100%iger Zufall. Und jeder Freund, YouTuber, sonst irgendein Hubschi, der was euch da was anderes erzählen will, der lügt und kennt sich nicht aus. Es ist wirklich so, dass das wirklich reine Glückssache ist. Ich hoffe, damit ist diese Frage mal beantwortet. Es bleibt einfach nur über, einfach immer weiter Stickerpacks zu öffnen und zu hoffen. Die zweite Frage, die ich auch letzte Zeit sehr oft bekomme, ist, ob man mit mir irgendwie spielen kann. Ihr wisst, ich bin Xbox One Spieler und ich hatte vor 2, 3 Monaten habe ich die Community Tage beendet. Das waren immer so Tage, ich glaube 2 Mal in der Woche waren die, wo man einfach mit mir spielen hat können, wo die Leute in meine Party gekommen sind, in die Lobby, in die Runde gekommen sind und haben wir gemeinsam gespielt. Diese fixen Tage habe ich dann abgebrochen, wegen Zeitmangel, und habe gesagt, ja Community Tage mache ich einfach so hin und wieder, wenn ich Zeit und Lust habe. Seitdem habe ich das nie wieder gemacht und jetzt habe ich mir ein neues Konzept überlegt und zwar könnt ihr das auch immer lesen in meiner Xbox-Bio. Da steht nämlich folgender Satz, wenn du mit mir gar noch zuerst spielen willst, dann schreib mich an, lade mich ein oder komme in mein Spiel, vielleicht in Großbuchstaben lade ich dich ein. Und das ist so zu verstehen, ich habe ein paar so Leute, die mich eigentlich jedes Mal, wenn ich online komme, einlade oder mir auch hin und wieder Nachrichten schreiben oder die man auch sehr, 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 sehr oft in meinen Runden sieht. Das heißt, die mir immer nachschönen, weil es im Grunde nichts Schlechtes ist. Und die Leute, die was mir nachher eben im Gedächtnis bleiben, die lade ich natürlich gerne ein, wenn ich Zeit und Lust habe. Wenn ich zum Beispiel gerade mit meinem Clan oder so anderen Freunden in der Party bin und wir gerade irgendwas besprechen oder ich gerade ein Video aufnehme oder was auch immer, da kann ich natürlich niemanden einladen, aber das ist eigentlich nicht so oft der Fall oder wie gesagt, ist das einfach nicht so streng und deswegen kann ich euch eigentlich relativ oft einladen und das mache ich auch eigentlich sehr oft. Mittlerweile lade ich fast jeden Abend, wenn ich gar noch zwei spiele, wenn ich gar noch zwei spiele, lade ich irgendwelche Leute ein, die was ich vielleicht so in der Runde treffe, wo ich weiß, ja hey, der followed me auf Xbox oder irgendwelche Leute schicken mir Partyanladungen. Das sinnvollste ist eigentlich, wenn ihr mir einfach eine Nachricht schickt, hin und wieder so oder einfach in meinen Lobbyjoint bei Partyanladungen, da kann ich euch nachher schlecht einladen, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, da könnt ihr, habt ihr eine gute Chance, dass ich euch mal einlade und wir dann ein bisschen tratschen können. Und was auch ein Vorteil ist von dieser Variante, wie ihr mit mir spielen könnt, zu den Community-Tagen ist, Community-Tage waren immer echt viele Leute in der Party, da ist immer sehr abgegangen, was hier halt nicht der Fall ist. Hier sind vielleicht ein paar Gentleplayers und meine Freunde und dann halt ihr, ein paar Leute da und da kann man sich ganz gut unterhalten. Ist eigentlich sehr entspannt und man lernt auch die Leute besser kennen und ihr lernt vielleicht mich ein bisschen besser kennen. Gut, das waren mal die zwei großen Fragen. Jetzt möchte ich noch über ein paar andere Themen reden und zwar die Kick-Gruppe. Ihr wisst ja, ich habe eine Chat-Gruppe, eine Gruppen-Chat-Gruppe. Es zeigt eine, ich habe jetzt mittlerweile schon 1, 2, 3, 4, 5, warte mal, 6, 7, 8 Gruppen in Kick, wo viele Leute sind. Zum einen mal habe ich unglaubliche 4 Gruppen, unglaubliche 4 Kick-Gruppe, zwei Chat-Gruppen, weil es einfach schon so viele sind. Es sind, also in einer Gruppe können 50 Leute rein, also 3 Gruppen sind voll mit jeweils 50 Leuten. Die 4. Gruppe wurde vor kurzem eröffnet, das sind jetzt glaube ich ca. 10 Leute drinnen. Ist noch genug Platz, könnt ihr gerne reinkommen, wie, ich verlinke das Kick-Video noch mal unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch, da könnt ihr euch auch gerne, anmelden sage ich jetzt mal und dann füge ich euch auch gerne in die Gruppe hinzu. Eine recht aktive Plants vs. Zombies Heroes Gruppe haben wir und dann noch 3 Gruppen, eben Xbox One, PlayStation 4 und PC-Gruppe. Die ist einfach nur dazu da, damit Leute einfach immer Spielkameraden finden, denn die anderen 4 Chat-Gruppen, die sind nicht nach Konsolen oder Plattformen sortiert. Also es gibt einfach gesagt 4 Chat-Gruppen und dann noch 3 eben auf die Konsolenspezifische Gruppen, wo man sich einfach gut verabreden, gut zum Spielen verabreden kann. Und ja, wie läuft es mit diesen Gruppen? Eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Wie gesagt, es sind sehr viele Leute da, es ist eigentlich immer was los. Ich habe doch so 2 kleine Exos, und zwar poste ich immer ein paar Tage bevor ein Video bei mir online kommt, poste ich immer schon das Thumblet, den Titel und die Uhrzeit und das Datum, wann das Video kommt. Das ist immer so ein kleines Bild. Und ja, da könnt ihr dann, da wisst ihr auch schon, wann das nächste Video von mir kommt. Und das 2. ist, ich habe eine Frage des Tages. Jeden Tag poste ich irgendeine Frage, wie zum Beispiel heute, war glaube ich dran, was war denn heute dran? Genau, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut findet ihr gerade 2 oder was sind eure 5 Lieblings YouTuber oder wie seid ihr auf einen Kanal gekommen? Einfach jeden Tag so eine Frage. Ist sehr entspannt, ist das Locker das Ganze immer wieder ein bisschen auf und im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit meiner, unserer Kick Koala, Mr. Koala Chat Gruppe. Könnt ihr auch noch gerne beitreten, wie gesagt, Link dazu unten in der Videobeschreibung, da erkläre ich alles. Was auch neu ist bei mir, ist, dass ich seit gestern oder vorgestern Instagram habe. Ich hatte ja mehr, weniger vorher schon Instagram und zwar mit den Gentle Plants. Es gibt eine Gentle Plants, also von meinem Clan Gentle Plants eine Instagram-Seite, die könnt ihr übrigens auch, da könnt ihr uns übrigens auch gerne folgen, da werden auch hin wieder Gentle Plants, Clan Bilder und so weiter gepostet. Wir heißen da Gentle Plants- Verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung und jetzt habe ich auch eine eigene Mr. Koala Instagram-Seite, da kommen wesentlich mehr Bilder und auch genau die gleichen Infos und wie gesagt Bilder, die ich auch auf Twitter und auf Facebook poste, Twitter und Facebook-Links auch immer unten in der Videobeschreibung. Da bin ich auch sehr aktiv, poste viele Infos und ja, und so weiter. Dann kurz eine kleine Werbung zu zwei Kanälen von meinen Freunden von Nintendo Plants und zwar zum einen Mal von Mr. Catfish, den kennen ja schon viele von euch, der hat übrigens auch einen YouTube-Kanal, wo er aber immer nur die Livestreams, Catfish Livestreamt ja jeden Samstag, wo ich auch übrigens oft oft dabei bin, unterlädt er immer die Livestreams auch auf YouTube hoch und ich verlinke mich mal diesen Kanal, es sind halt eben längere Livestream-Videos und sehr kurzen hat auch der gute Toxical einen eigenen YouTube-Kanal, wo er aber auch Kommentare ist, er hat auch schon einen Sonnenboomen-Trick hochgeladen, ein paar Glitches-Bugs und so weiter, das Ganze startet aber erst durch, er macht das auch zum ersten Mal, also noch nicht so streng sein und ja, wenn ihr Lust habt auf ein paar Garnover 2 Gameplays und so weiter, könnt ihr gerne auch bei ihm vorbeischauen, Mr. Toxical, wie gesagt, links unten in der Webel-Beschreibung. Und zu guter Letzt ein ganz kleines Thema, was ich euch eigentlich schon sehr lange sagen will, wo ich bis jetzt eigentlich noch nie wirklich die Zeit oder die Gelegenheit dazu hatte, und zwar ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass es unter meinen Videos nie erster Kommentare gibt, das hat diesen Grund, dass das Wort erster und 1 Punkt oder First oder was auch immer ist bei mir in der Blacklist. Das bedeutet, dass Kommentare, die was dieses Wort oder dieses 1 Punkt oder First beinhalten, die werden automatisch von YouTube aussortiert und werden nur veröffentlicht, wenn ich es zulasse und ich lasse so etwas nicht zu, weil meiner Meinung nach sind erste Kommentare kompletter Schwachsinn und tragen rein gar nichts zur Community YouTuber Beziehung bei, so wie es eigentlich ein Kommentar sein sollte. Und deswegen sind die bei mir auf der schwarzen Liste und werden schön aussortiert. Nur eine kleine Info nebenbei, also erste Kommentare könnt ihr euch sparen. Was anderes ist es, wenn man erster schreibt und dann noch irgendwie ein positives oder vielleicht auch negatives Feedback zu dem Video, denn sowas ja als erster war sehr unnötig, aber wenigstens hat er irgendwie irgendwas anderes von sich gegeben als ein blödes erster Kommentar. Ja, das war es eigentlich schon mit den Themen. Ich habe jetzt eigentlich nicht mehr wirklich was mir jetzt aufgeschrieben. Wie geht es euch so? Mal ganz nebenbei. Also mir geht es eigentlich ganz gut. In der Arbeit läuft alles ganz ordentlich. Wetter ist bei mir auch gerade sehr schön und ihr könnt mir jetzt gerne mal, wirklich ohne Witzitz, ich könnte mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so läuft. Wie ihr vielleicht gerade, was ihr vielleicht gerade so zockt oder wie es euch bei euch, wie es euch bei Garnow V2 ergeht oder wie es sonst losgeht. Ich glaube viele von euch haben noch Schule, äh haben noch Ferien. Einige haben schon wieder Schule. Ich hatte nie Ferien. Ich hatte jetzt Urlaub, die letzte, fast den ganzen Juli hatte ich immer wieder Urlaub. Das war schon angenehm und sonst ja viel Arbeit und die Sache mit YouTube ist auch viel Arbeit. Ich glaube nächste Woche kommen nicht so viele Videos, da bin ich die meiste Zeit nicht zu Hause. Das tut mir sehr leid, jetzt schon mal. Bei Heroes, bei Plans to Miss Heroes läuft es ganz ordentlich, obwohl ich da demnächst vielleicht ein Video kommt, was mich, also top 3 Dinge, die mich in Heroes aufregen und top 3 Dinge, die in Heroes top sind. und ja, sonst bei mir läuft alles ganz gut. Ich habe eigentlich keine möglichen Beschwerden oder so. Ich bin auch eigentlich im Moment recht zufrieden mit meinem Kanal. Ich hätte, wenn ihr wüsstet, wenn ihr wirklich wüsstet, was ich für Ideen habe, was man in Garen vor zwei Jahren Videos noch machen könnte, ich könnte fast, äh, fast, sagen wir mal, ich könnte mindestens fünf Videos die Woche machen und mir, ich hätte trotzdem noch genug Ideen, die ich, äh, rausbringen, ja, die ich umsetzen könnte, aber da fiel im Moment leider einfach die Zeit. Ja, gut, das war's mit dem Video schon, war mal ein kleines, entspanntes Labor-Video. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Wünsche euch auch die restliche Woche, keine Ahnung, wenn ihr das Video seht und das restliche Jahr, das ist die Monat, einfach ein schönes Leben, einen schönen Tag und ich sage nochmal Tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao.